So, da sind wir wieder bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban in der Dracony Force und Lapiforce Aufgabe und wir sind gerade dabei, unsere Hüpfekästchen, da wir da, ich sag immer Hüpfekästchen, oder ich sag Hüpfekästchen, was ist das denn für ein schwuler Name, egal, bin immer noch ein bisschen erkältet, es ist nämlich immer noch derselbe Tag, wo ich die ersten Parts aufgenommen habe, hallo, achso, hä? Naja, egal, scheiß auf die Linger. Super. Ah, episch, so. Sechs. Sechs Wappen haben wir. Und da ist jetzt das siebte. Werden wir uns erstmal die Bildkarte holen. Ist die Mitte. Auch wieder eins dieser geilen Rätsel. Mir gefallen solche Sachen. Ein bisschen nachdenken ist immer gut. Jetzt kommt das Wappen. Und jetzt die Bohnen. Super. Alles beim ersten Mal geklappt. Ich hatte manchmal Probleme, dass der Zauber irgendwie falsch ging, aber hier läuft ja alles tadellos. Was für ein Ding? Was für ein Ding? Hatte ich mir schon fast gedacht. Ich glaube, da muss man draufhüpfen. Mit Rictusempra kannst du ein Bundy Moon betäuben. Wenn du schnell genug bist, kannst du hinaufspringen, denn vielleicht gibt es ja eine Belohnung frei. Genau. Wie versteckt ihr denn Sachen da drin? Wow. Rictusempra? Alter. Alter, was ist das? Rictusempra! Rictusempra! Schade. Egal. Lasst uns das Viech halte als ein Thron. Ne, keine Thron, aber Kesselkuchen. Ich wollte schon sagen. Naja. Ich traue dem Brat nicht so. Aber egal. Wow. Hier sind wir allerhand... ...allerhand kleinen Viech, aber... ...dafür nehmen wir das Kaninchen. Mit dem Kaninchen ist das alles einfacher. Ja, ja. Dieses komische Bundy Moon, oder wie das heißt. Das soll da mal sein. Gift versprühen. Wir sammeln Bohnen. Für die Mafia. Ach, das gibt auch super. Oder das... Das gibt super. Ich habe heute schon wieder eine Grammatik auf dem... ...auf der Zunge. Boah, ne. Guck mal, die wird die ganze Zeit besprüht. Aha. Ja, komm. Jetzt geht's erstmal hier rein. Hä? Da ist noch ein Kesselkuchen. War's das? Ich meine, gab's hier nicht noch so ein... ...Loch? Halt, das fühle ich jetzt endlich mal. Da, damit ihr das auch mal seht. Wir kriegen einen Kürbiskuchen. Super. Ja, ja. Stell dich mal nicht so an. Oh, jetzt kommen wieder unsere Lieblingsfreunde. Die Bonbon... ...Werfer. Aha. Schade. Das hat kein... ...keine Opfer gebracht. Ah, drei auf einen Streich. Wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Ach, die Viecher sind lustig. Geil, es gibt wieder Bohnen. Daher komme ich auch zu dem Standpunkt, dass selbst die Lehrer damit dealen. So. Äh... Ah, da oben gibt's noch ein Wappen. Super. Das heißt, hier oben schätze ich mal... ...den Pulso. Naja, und dann kommen wir so da hoch. Aber erstmal hier wieder... ...die Kessel. Dann schließen wir auf jeden Fall in diesem Part schon die Dracony Force-Herausforderung ab. Das gefällt mir. Äh... Die Pulso! Die Pulso! So. Die Pulso! Die Pulso! Hm, machen wir erstmal den Kürbis. Die Pulso! Die Pulso! Wir geben ja der Reihe nach der Wichtigkeit. Erstmal Kesselkuchen. Nee, Kürbiskuchen. Oder Kürbispasteten. Ach. Mir auch egal. Die Pulso! Nee, falsch. Die Pulso! Die Pulso! Jetzt will ich nämlich die Bildkarte haben. Die Pulso! Die Pulso! Nein! Boah, du Drecks-Roulette. Die Pulso! Die Pulso! Nein, das war doch jetzt richtig... Oh... Fail, Freundes. Es tut mir leid. Die Pulso! Die Pulso! So. Die Pulso! Jetzt die Bildkarte. Die Pulso! Die Pulso! Die Pulso! Und jetzt noch das Wappen. Die Pulso! Die Pulso! Super, neun Wappen haben wir. Das heißt, wir kriegen wieder alle Wappen. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, denn da oben ist das letzte Wappen. Deswegen interessiere ich mich auch einen feuchten Kehricht für die ganzen Belohnungen, die es hier noch gibt. Oder wir können ja mal gucken, was es hier noch so gibt. Aber ich glaube... Wartet mal. Mal gucken, was hier ist. Mal eben nochmal zurück. Oh, hier gibt es eigentlich noch richtig viel, aber ich weiß gar nicht, wie das so abgeht. Mal gucken. Wenn wir es finden, dann mache ich es. Wenn ich es nicht finde, gehe ich einfach hoch zu dem... ...letzten Wappen, das wollte ich sagen. Ich habe heute mehrmals den Faden verloren, das tut mir echt leid. Und da kamen wir her. Was für ein Fail. Fail, fail, fail. Fail, 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 fail erst mal weil er kommt hier gibt es noch so viel jetzt zu holen er gibt so mit sicherheit auch so eine hasenstatue aber auch ist da was wir holen uns gleich einfach das wappen wenn wir das alles gemacht haben nein ohne die zeit noch der kessel kuchen der ist noch wertvoll so und jetzt hoch zum großen bohnen kreis das passt ja jede bohne bekommen das gefällt mir feuer anzünden und fertig ist schlach scheiß was auf die anderen sachen die da wohl noch versteckt sind wir haben es geschafft jetzt können wir noch mal boden belohnungsraum das wird geil freunde der unterhaltung das gibt wieder bohnen ohne ende aus super das hier ist der bohnen bonus ja sammle so viele bohnen wie du kannst bevor die zeit abläuft das einzige schwere hinterher wird die glatius aufgabe die wird wirklich schwer also die von harry die aufgabe also ich sag ja das macht so viel spaß hier ich finde den aber eigentlich fand ich den bodenboden belohnungsraum im zweiten teil ein bisschen besser der war irgendwie strukturierter hier ist eigentlich alles du kannst nie alles nachgucken hätten sie damals so was gemacht dass man hinterher hier immer wieder reingehen kann super egal übliche prozedere jetzt laufen wir hier nur mal lang da ich das auch mal sehen will super ich will reich werden meine freunde nein gehe ich halt hier lang gibt es überall bohnen ich will alles haben alles gebt mir eure süßigkeiten sonst werde ich euch naja egal wir sollten das genießen und nicht irgendwelche komischen reden schwingen ach ja das war noch eine schöne zeit 2030 glaube ich rausgekommen danach war auch das waren auch die geilen harry potter zeiten alle zu ende also von was spieltechnisch an was spieltechnisch angeht was spieltechnisch angeht super ja wir haben den kessel kuchen noch bekommen super und die zweite aufgabe gelöst langweilig langweilig habe ich doch habe ich doch ja doch habe ich alle so oh geil cut ziehen ich kann kein quidditch mehr sehen nach der quidditch Weltmeisterschaft eine schnutz schnutz ach ja Ja, komm Harry, das kriegst du. Einfach rechte Maustaste drücken. Ich hab's in der Quillage Weltmeisterschaft nie hingekriegt. Du wirst es hinkriegen, Junge. Kommt nicht so grimmig. Oh, hunderte Pädophile. Nein. Hogwarts wird von Pädophilen überfallen. Und wenn du unten aufschlägst, werden sie dich holen. Und der Hund wird dich auch. Ja. Nein, natürlich nicht. Es ist alles nur Spaß, ne, Freunde? Ihr kennt das ja. Harry verletzte sich bei diesem Sturz nicht. Ach, der höre auf keinen Fall. Wie soll man sich denn da verletzen? Professor Lupin bot ihm an, ihm Unterricht gegen die Dementoren zu geben. Ach, das gibt's ja auch noch. Er fragte Lupin nach Sirius Black, dem Mann, der der beste Freund seines Vaters gewesen war. Und James und Lily an Voldemort verraten hatte. Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Hey, Spoiler. Wir sollten mit deinem Unterricht gegen Dementoren fortfahren, Harry. Hat doch gar nicht angefangen. Wenn man jetzt speichern kann, höre ich, glaube ich, erstmal auf, oder? Oder sollten wir das Spiel mal durchzocken heute? Natürlich können wir keinen echten Dementor ins Schloss holen. Also empirisieren wir mit einem Irrwicht. Der Irrwicht verwandelt sich in das, wovor man am meisten Angst hat. Also in deinem Fall ein Dementor, Harry. Mein Mathelehrer! Üben wir an einem Ziel. Richte deinen Zauberstab auf das Ziel. Geil, hau den Lukas. Ich mag das Spiel nicht. Also das Spiel, hau den Lukas. Das ist nämlich so ähnlich aufgebaut, diese Übung. Du hast deinen Zauberstab in dem Moment wirken, in dem der Ring über deinen Zauberstab läuft. Ich lauf gleich über deinen Zauberstab. Die Zauberformel lautet Expecto Patronum. Und meine Zauberformel lautet... Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Part. Tschüss!